Come on, Vienna! So, jetzt heißt es aber ab auf den Räumenplatz, da treffen wir uns und dann zum Match gegen Rapid-Ovala. Also, Come on, Vienna! So, liebe Vienna-Fans, jetzt geht es gleich los. Wir sind hier in Ovala. Hoffen wir, dass wir noch einige spielen sehen. Also, meine Lieben, Come on, Vienna! . Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Liebe Wiener Fans, leider Gottes kein sehr rühmliches Match für unsere Wiener Kampfmannschaft. 2 zu 1 verloren gegen Rapid Oberlau bei einem, naja, etwas grenzwertigen Spiel und vor allem die Schiedsrichterleistung war weniger als gut, würde ich mal sagen. Egal, abhaken, weitermachen. Nächste Woche gibt es das nächste Spiel und zwar ein kleines Wiener Derby und zwar ein Bezirks-Derby gegen den NAC. Liebe Wiener Fans, schaut auf der Webseite vorbei, liked das Video und schreibt eure Kommentare drunter. Es geht immer noch darum, wo sollen wir die Buchpräsentation machen. Sonst wünsche ich euch noch eine gute Woche und wir sehen uns beim nächsten Spiel. Also, kann man wie erinnern. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018